Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2 und 2 Rocket League. Wir suchen mal, ne? Ja, Stisselt ist am Start hier. Ja, war hart wieder. Wobei, heute haben wir nicht halb eins, sondern erst halb elf. Erst früher. Richtig. So, jetzt wollen wir erstmal ein paar Leute umklatschen, weil der Tag so scheiße war. Ja. Boah. Das ruckelt sich schon mal verteilt. Gut. Gott. Nein. Na, Alter. Was ist hier los? Internet oder was? Rocket League hat gerade irgendwie irgendwie zu sagen angefangen rumzubacken. Ja, geil. Oh, Tor. Stattel. Könnt ihr aber schon noch bewegen, ne? Ja, es ist... Ich sprang nur ein bisschen komisch und so. So, was ist der Handler auch blau? Hm, der hätt's nicht getan. Ach, fast. Nein. Äh, falsch Richtung. Ja, ich weiß. Hab ich jetzt auch gemerkt. Nein. Jawohl. Geil. Geil. Wolltest du noch abstausen, ne? Ja, wollte ich. Ja, ja. Das seh ich. Ja, das war jetzt auch sehr offensichtlich. Da kam er noch mal angebostet. Er ist noch hinterher gesprungen. 2-0. Läuft bei uns. Wir haben auch fast noch berührt. Läuft bei uns. Ist gar nicht so, dass wir das erste Spiel verlieren, oder so. Was ist da los? Wir haben direkt mal zwei Tore gemacht. Am Anfang. Ja. Am Anfang, mein Gott. Der hat dich schon leicht. Und der ist drin. Jawohl. Ja, geil. Das war noch mein Tor, also das war ein Eigentor. Auch noch. 3-0 in den Lappen. Zack. Bande. Und drin. Oh, wunderschön. Tatsächlich. Ja, geil, ne? Das finde ich super. So muss das laufen. Alter, das ist ja eine AFK, oder was ist mit ihm los? Weiß ich nicht. Wir denken nur rum, ne? AFK ist, glaube ich, nicht die unwahrscheinlichste Variante. Oder eher, keine Ahnung, wir machen passiven Torwart. Ach, Mensch. Kommt, keiner trifft den Ball, da ist er los. Als der andere war wieder da. Das ist keiner. Ich dien, sinnvoll. Jawohl. 4-0. Wunderbar. Da trägt sich noch keiner im Chat auf, also. Keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich gleich ein schockstarre Verfall. Ja, das wird sein. Ja, Kulata, schön. In den Kasten. Ja, dieser befriedigende Moment, wenn du weißt, dass im Hintergrund Fallout 4 lädt. Ach, ja. Nein. Oh, verwittert. Ja, das war ich. Achso, ja. Weil ich Guß gegeben habe, direkt am Anfang. Ich auch. Du halt voll im Wegstandes. Nein. Ah, Front flippt runterher. Das war auch wieder wahrscheinlich ohne Ende. Die auch so auf 4-0. Erst erstmal aufholen und so. Erstmal Engagement schieben hier. Ja, das ist richtig. Da war ein Ball. Das ist richtig. Ja, voll. Punkt, gut. Schön direkt vorm Tor gesprungen nochmal und dann war er drin hier. Ah, er kommt runter und dann... Geil. Zack. Einfach geil. Tief rein und dann weg ist er. Nein. 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 Ob du bist, das habe ich dich gefragt. Momentan nicht. Momentan nicht. Nein. Nach Vorlage. Ja, super Vorlage. Ja, geil. 6-0. Das wird unser höchster Sieg überhaupt. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich habe doch ein Chief mit in einer Runde 6 Tore zu schießen. Ich habe jetzt gerade drei geschafft. Also das heißt, wir haben genau halb-halb. Das ist Erfolg Hedwig. Der eine ist irgendwie am Anfang immer AfKa, finde ich. Also glaube ich, das ist irgendwie ein Problem. Vielleicht ist es sein Internet-Körper ist. Z-Internet ist AfKa, ne? Ja, so ungefähr. Nein. Nein. Der wäre geil gewesen. Der wäre richtig geil gewesen. Nein. Und was soll es 6-0 nennen? Ja, richtig. Eigentlich schon. Na, das war es. Nein. Oh, der hätte. Oh, der hätte schön werden können. Aber nein. Heute nicht. Nein. Aber was fährt denn der andere da vorne rum? Machst du- nein. Nein. Komm, komm. So, was war das denn jetzt? Nein. Weg den Shit. Weg mit dem Fiesel hier. So. Der kommt gut. Na, fuck. Er kam eigentlich nicht schlecht, aber war nix. Ah. Na, ja, jawohl. In die Ecke. 7-0. Besser als Brasilien und dann so. Ah, wunderbar. Die machen schon gar nix mehr. Weg quitts. Schon bitter. Meiner. Na, komm. Das war eigentlich auch richtig meiner. Das ist nur abgestaubt. Ja, ja, ja. Da, guck mal, wie der jetzt, da, guck mal, wie der schön rollt. Wie der abstaubt. Da, zack. So muss das. Ich glaube, das ist unser, unser höchster Sieg bis jetzt, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Also 8-0 haben wir bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, davor hatten wir so 4-0 oder sowas, aber 8-0 ist es nicht. Nein. Fall. Nein, du kriegst hier jetzt kein Gegentor. Das seh ich nicht an, ja. Ich will das zu wohl nach Hause schaffen. Hallo. Ja, nein. Nein. Nein, nein. So. Ach, verdammt. Vorbeigesprungen. Jawoll. Eigentor von ihm praktisch. Naja, ja, also im Endeffekt wäre es ein Eigentor gewesen, aber eigentlich wäre der Ball auch so schon ins Tor reingerollt. Da, guck mal. Geil. Rollt und rollt und rollt und rollt und er kommt an und schiebt das Ding auch noch rein da. Na, zweistellig kriegen wir wahrscheinlich nie mehr hin. Außer es wird direkt ein Anschluss-Tor. So wie das. Nein. Na ja, es hat die Ambition auf jeden Fall, zu werden. Aber 9-0 ist schon hart. Ach, verdammt. Alle fahren außerhalb. So muss das. 9-0. Super Sieg. Super Sieg. 15 von 30. 10 Punkte. Jetzt haben wir 10. Äh. Gut. Ich habe ein Schutzhelm gekriegt. Ach komm, die beiden waren auch Semiprofis. Ja. Okay, der eine hat dann anscheinend einen Halbking oder so. Keine Ahnung. 1130. Eine höchste Punktzahl überhaupt. Ich finde, ich habe 5 Tore gemacht. Du hast 4 gemacht. Oh Gott. Wir haben beide eine Vorlage geschafft. Läuft bei uns. Das war doch mal ein unerwartet erfolgreiches Spiel. Hm. 9-0. Ach nee. Ja, nächstes Ziel ist dann zweistellig, ne? Ja, unerwartet Torreich auf jeden Fall. Hätte ich so nicht, äh, ne? Ne? Jetzt kommen wahrscheinlich die übelsten Profis, die uns 8-0 abziehen oder so. Das kann gut sein, ja. Wobei, die anderen haben ja gar nichts gemacht. Hätten sie überhaupt was gemacht, hätten sie einige Tore auf jeden Fall verhindern können. Ja, irgendwie, keiner. Der eine stand irgendwie ein bisschen komisch rum. Und du trittst gerade bei, hoffentlich? Ja. Sehr gut. Ich habe mich nur ein Momentchen länger geladen. Interessanterweise. Oh Gott. Oh nee, es fängt an, es ruckelt erst mal. Oh nö. Ich habe die ersten 3 Sekunden quasi verpasst. Oh. Das gibt's doch nicht. Menno, ist das für die Telekom oder was ist los? Ist das vielleicht diese Telekom, von dem alle reden, ne? Ups, ist auch nicht mehr. Ja, das funktioniert ja wieder. Ja, ja, es geht. Äh, wer jetzt so... Achso, wir müssen das andere drauf nehmen. Richtig, ja. Ich glaube, ich habe den einen jetzt zweimal abgeschossen. Was war das denn? Ich habe den einen mega weggepächtigt. Es wird nicht explodiert, aber es... Nein. Der eine noch kapiert. Ja, ich habe das aber was. Wie. Dieser Moment, wenn den Ball triff, aber effektiv nicht damit getan lassen. Ja. Oh ja. Oh, 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 ja. Nachschuss. Na. Der war ambitioniert. Das war ein bisschen ambitioniert. Das denn. Ja, der ist doch warm. Ja, guck mal, wie der warm wird da. So. Nein. Nein, nein. Das kommt doch nicht. Ach komm, soll er daneben. Was ist denn da los? Was war das denn jetzt? Ach man, das war ein todsicheres Ding, ey. Mann. Er fällt ja nicht, ne? Ja. Das heißt ja nicht, dass man sich versäbeln kann. Nein, der war tot sicher. Der war einfach unnötig. Der hat mich richtig getroffen. So, das ist der. Ja, ich habe mich drüber gesprungen. Deswegen hatte er die perfekte Möglichkeit, den reinzumachen. Gut. Oh Gott, damn it. Nein. Oh, geht her. Der kommt wieder vorbei. Ja, der kommt wieder weg. Nein, das ist nicht Autoballsonne, eher Autowerfen. Das Auto fliegt weiter und dann so. Oh ja, oh, oh, ja. Ja, komm. Nein. Gib ihm. In der Luft, das Auto abgewertet ist auch nicht schlecht. Ich muss die Ball mal ein bisschen abschieben, habe ich den Eindruck. Mich? Ja. Ne. Vielleicht dein Motor schaden. Wer weiß. Ah, shit. Nein, wie er das findet. Nein, fuck. Ja. Das ist doch auch unnötig. Das ist doch noch ganz flachen Winkel rein. Ja. Ja. Mist. Schön, alle gleichzeitig weggenotzt. Nein. Nein. Also dreht er die Bälle an oder wie kriegt er die aus dem Wickel da rein? Das ist ja gruselig. Das macht die, äh, die Form seines Autos, glaube ich. Ach, okay. Das ist ja erstmal wieder deklassifiziert. Einmal gewonnen, direkt wieder rein. Jawoll. Gut. Ach, nö. Alter. Wird wieder Fullchipping um die hier gespielt. Jawoll. Oh, Mann. Jetzt erst mal fahren. Wie trifft er denn jeden scheiß Ball? Was gibt's davon? Das ist wesentlich, ne? Ja, ich schon hart, wie viel Skill einige Leute an den Teil treten. Ich bin halt nicht gefallen. Ich bin jetzt nicht gefallen. Außer vielen, dass sie so ein Rocket League-Spieler sind. Oh, gegen den Pfosten gespielt. Kommt. Ja. Ja, sehr gut. Röntgen muss weg hier. Nein! Na komm, im Rückwärtsgang hat er denn getroffen. Was mit ihm? Nee, der ist nicht. Nee. Ah, rausgewinnen. Ah, 305 mal. Guck, was wir können, äh, von Rang haben. 0. O.D. O.P. Sie sind nicht. O.P. beide. Ging eigentlich, ne? Ja, keine Ahnung. man kann ja auch nicht jedes spiel gewinnen das ist richtig wobei die ja noch relativ aufgeregt waren die haben irgendwie nur so am ende haben die richtig reingehauen in der vorgegeben schön wie das blümchenstadium sehr gut mir steht noch ladevorgang gut so ein bisschen leck heute ja ich weiß nicht warum aber ich hab mir ein nadebildschirm kurz verschwunden mir das menü gezeigt und ist hier wieder bei nadevorgang match abgebrochen nicht genügend spieler ja und jetzt zeigt er bei mir ein nadebildschirm an sehr gut jetzt bin ich jetzt sehe ich das spielfeld jetzt ist schon keiner mehr da also warte mal kurz bist du jetzt auch in der gruppe oder ne weiß ich nicht bei mir bist noch in der gruppe ja warte ich dachte wenn ich wieder im haupten bin jetzt ja dann noch mal ne jo suche läuft das ist auch den bauarbeithelm ja da bin ich hier gezwungen mich hier indirekt anzupassen ob der ballmeister ja kann man so stehen lassen sieht schon bescheuert aus da holz träder dran ich ja oder ist das kupfer wie heißen die denn die ich da dran hab carriage keine ahnung ja carriage wäre von so einem wagen also transporter wagen quasi also wahrscheinlich holz träder geil stabile sachen ja zuverlässig ohne ende jetzt bist du schneller connected als der letzte von den hanskindern da ganz kinder voraus auch gott die ersten paar sekunden habe ich wieder von mir verpasst seit sieger durch aufgabe und gewonnen walds quitt ja taxi schild habe ich gekriegt 100 punkte bekommen mit ersten bei kontakt hat er gerade hart oder was ist hier los ja das ist ein bisschen komisch geilste folge bisher jetzt liegen gerade was runter ja ich leite ja auch gerade was runter also ich jedenfalls aber ja ich hab bei mir geguckt weil ich ja nur lege keine ahnung ist eigentlich alles ok ja allgemein die 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 folge ist ein bisschen komisch könnte einfach liegen oder daran liegen dass ich von der festplatte kopiere dass ich auf die externe kopiere ja das rocke liegt deswegen ach komm svegli bratwurst und maxi der baba ja ja oh gott nein ich hab echt immer so die ersten drei sekunden habe ich gerade lag ja deswegen das spring natürlich auch nicht hoch wenn mir bald entgegen kommen wenn ich das nicht sehe ich hab mir direkt in der ersten sekunde ein tor geschossen es wird gerade ein zweites ach komm jetzt bin ich bald auch sogar getroffen oder auch nicht ach komm das sind schon wieder die profis vom dienst die spielen ja kann man so stehen lassen bratwurst kitty da geben jetzt mal hier kriegt nicht mehr auf die jahre keine bratwurst keine bratwurst naja den bist du ganz vorbei ja schön wie soll er auf dem ball herumstehen und darauf warten dass er runter kommt sehr schön ja kann der mich denn so hart abdringen das gibt's doch gar nicht das macht sinnig wenn die autos sich hier gegenseitig so stark blockieren können ja oh ja genau sehr gut nein hat vorbei gefahren scheiße jawoll jawoll da war er noch drin so zack und die wupp der baumeistertypen schlagen wir dazu zack ganz dichter Pfosten vorbei ja ich könnte es ja die Butzhelme nennen die Butzenlappen wohl eher ja ja nein 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 komm jetzt hab ich den anderen weggekickt und dann hat der erste vor dich lassen oder wie ja ja den habe ich weggekickt und der andere hätte das Tor gemacht es war blöd nööööööööööööööööööööööööör Night rate detached fundamentals ... Das war knapp. Ach komm, das ist ein Winkel, schießen in den Tore hier, das gibt es doch gar nicht. Alter Schwede, das war echt abartig. Das ist Regi-Bratwurst, der Bruch. Es gibt auch einen echt Mensch. Klar, dass hier wieder die Deutschen, oder die mit den deutschen Namen zumindest wieder die Suchtis-Prom-Dienst sind. Ja, wir finden wahrscheinlich die, die anderen Wackel-Dienst. Genau. Oder so. Keine Ahnung. Kann man so stehen lassen. Ist gut. Jawohl, Knappe. Oh, Schade. So. Kommt jetzt nicht in unsere Hälfte hier. Ist der Abstoß. Na. Schade. Nein. Ich auch. Wenn wir die anderen zuerst getroffen haben. Zwei. Zwei. Ach komm. Diese Treffer-Raden von dir ist abartig. Nein. Ich hätte nur noch hinterher fahren können. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Ja. Ja. Ist ein dritter Angriff. Ja. 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 Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Alter komm. Was für eine Präzision spielen die denn? Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch lächerlich. Die haben bestimmt so 500 Runden Rocket League oder so. 500 Stunden Rocket League. Das ist... Der muss einmal quer übers Feld ein Tor schießen. Und immer noch ein bisschen entfernen. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Komm. Jawohl. Was für ein Zweck hat der denn? So was wäre ja ein Vorlage. Nee. Keine Ahnung. Das ich den Ball berührt hab, aber gut. Ja. Der ist anders. Herzammelt. Immerhin nicht Brasilien. Ja. Das kann jetzt schon mal nicht nur passieren. Genau. Ach komm. Was für ein Zweck hat er denn, dass er dann mal so trifft halt. Okay. Ja, den Premium-Zweck hat er. Von den Besten hier. Da segelt ihn. Nein! Oh, das ist ja zu weit. Oh, Mann. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Wie spielen die denn? Besser als wir. Das ist richtig. Ich hab' gar nichts. Ich hab' mich bei einer Decke. Ich hab' mal wieder runter. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einmal Fett in unser Tor ballern, ne? Nein! Nein! Was ist das da nicht? Nein! Ach, komm! Ich hab' den Eindruck, dass wir den Ball teilweise auch so komplett ohne Ticken irgendwo hinkriegen. Und ich dann so grad neun, ja? So... Was? Oh, das war knapp. Oh, Mann. 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 Jungs. Und ich applied an Antenne reingeschaltet. Oh, der Euhr hat tausend Punkte noch neugier. Und nicht nur mit ihnen. Semi Profi und Profi. Eigentlich würd ich mal gerne die Profile von den anderen sehen. Aber das geht ja leider nicht. Man muss nacht... Du kannst halt nur merken und bei steam nachgucken. Weil die heißen ja genauso bei steam. Wenn nicht mehr'n Namen sag'n Maxi-der-Barber und Bratwurst irgendwas... Ja. und damit verabschieden wir uns für diese Folge für Rocket League 2 und 2 bis zum nächsten Mal bis dahin